Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur Kaderbaustelle von Borussia Dortmund. Der BVB steht aktuell auf einem enttäuschenden siebten Platz in der Fußball-Bundesliga. Damit kann man bei den Ansprüchen, die man hat, nicht zufrieden sein. Trainer Nuri Sahin ist schon wieder ordentlich in die Kritik geraten. Der Sieg gegen Leipzig hat auch natürlich geholfen, um etwas Ruhe reinzubekommen. Die Pleite in Mainz hat dann allerdings natürlich wieder das Fass geöffnet. Nun gibt es viele Diskussionen darüber, was Nuri Sahin besser machen muss. Ich finde aber auch, dass die Diskussion erlaubt sein muss, was man am Kader besser machen muss. Denn natürlich hat der BVB enormes Verletzungspech. Das ist bitter, das ist hart und trotzdem wurden manche Positionen nicht gut genug besetzt. Vor allem in der Abwehr fehlt eine Breite, da fehlt Qualität in der Breite. Und auch wenn man natürlich jetzt junge Spiele auf der Bank gehabt hat, habe ich das Gefühl, bekommen diese viel zu wenig Vertrauen. Das heißt, im Winter müssen externe Neuzugänge her, sonst ist die Champions League-Qualifikation ganz klar in Gefahr. Und dafür konzentrieren wir uns heute mal auf die Position des Linksverteidigers. Natürlich gibt es dort Kandidaten, die das spielen können. Riasson und Kuto als rechte Verteidiger können das auch. Aber die klammer ich aus, weil ich die auf rechts viel, viel stärker finde. Und deswegen wollte ich dafür schon mal etwas vorschlagen. In den nächsten Wochen werden dann hier auf Kick-Off auch noch weitere Transferformate kommen, wie 5 Transfers oder Transferguide, wo wir uns auch noch mit mehreren Positionen beschäftigen. Auch dort wird logischerweise der BVB eine Rolle spielen, denn es braucht nicht nur ein Linksverteidiger. Das wird nicht alle Probleme beheben, aber wir würden damit schon mal den Anfang machen. Und deswegen gehen wir rein in die Kaderbaustelle Linksverteidiger von Borussia Dortmund. Schauen wir erstmal auf das, was ich haben möchte, was ich gesucht habe in diesem Video, um eben auch dann Dortmunds Abwehr zu verstärken. Es braucht meiner Meinung nach einen potenziellen Stammspieler. Also ich habe jetzt nicht nach einem 18-jährigen Talent gesucht, was erstmal ein halbes Jahr Anlaufzeit braucht. Nein, dafür ist ja zum Beispiel Kabar da. Ich wollte einen klaren Konkurrenten für Rami Benzabaini haben. Benzabaini macht das gut. Also man diskutiert wenig über ihn, weil seine Leistungen gut und solide sind. Er macht wenige Fehler. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es ist eigentlich auch nochmal mehr drin. Ich bin wie gesagt kein Freund davon, Kuto oder Riasson auf der linken Seite zu haben. Diese Variante mit Dreierkette und Stotterbeck dann irgendwie wie zum Saisonstart bin ich auch kein Freund von. Und trotzdem sind auch beim Thema Linksverteidiger verschiedene Varianten denkbar. Also ich wollte es nicht zwingend einen nur defensiv starken Spieler haben. Ich wollte nicht zwingend einen nur offensiv starken Spieler haben. Einen, der nur die Breite gibt oder einen, der auch nur das Zentrum sucht. Da wollte ich durchaus flexibel bleiben. Für mich gab es einfach ein paar wichtige Kriterien. Da war zum einen dabei, dass der Linksverteidiger eine gute Technik hat. Er soll mitspielen können, weil ich finde, das ist in Dortmund zu wenig im Kader. Natürlich muss er aber auch defensiv gut sein und dort ja nicht anfällig sein. Und wir brauchen natürlich eine Soforthilfe. Das ist im Winter nie einfach. Das Budget wird auch nicht riesig sein. Deswegen habe ich ja auch vor allem nach Leihspielern gesucht. Das hat im letzten Winter mit Ian Marzen schon gut geklappt. Und da gibt es auch jetzt wieder einige Kandidaten. Sogar nochmal mehr, finde ich, im Vergleich zu vor einem Jahr. Klar, Kabar ist zwar da. Er ist im Kader mit an Bord. Und trotzdem hat er ja bislang wenig Chancen bekommen. Klar, er hat diesen Platz zu Hause bekommen, was bitter war. Was aber auch im jungen Spieler passieren kann. Ich hätte mir gewünscht, dass man ihm, aber das gilt auch bei einigen anderen Ländern auch, endlich mal die Chance gibt. Ansonsten brauchen wir eben hier, wie Herr Winn-Exen ist. Und genau danach habe ich jetzt mal gesucht. Im Sommer wurde er auch schon gesucht auf der Position. Einer wurde ihm dann sogar angeboten mit Sebastian Kehl und dem BVB. Und das ist Ben Shilway. Und der ist für mich auch weiter ein spannender Kandidat. Der 27-jährige Engländer bringt enorm viel Erfahrung mit. 21 Länderspiele für England, 23 Champions-League-Spiele und 169 Premier League-Spiele. In den letzten Jahren hat er sich in England zu einem Top-Spieler entwickelt. Und hat dann auch verletzungsbedingt seinen Stammplatz in der Rückrunde bei Chelsea verloren. Unter dem neuen Trainer Mareschka wurde er aussortiert. Und das, obwohl er Vizekapitän ist und auch in der Mannschaft durchaus anerkannt war. Sein Vertrag in London läuft noch zweieinhalb Jahre und somit bietet sich hier eine Laie am besten an. Chelsea könnte dadurch immerhin etwas Gehalt einsparen. Und ich denke mal schon, dass hier eine gute Lösung auch denkbar ist. Ähnlich wie auch damals oder besser gesagt vor einem Jahr mit Ian Marzen. Für Shilway wäre es somit dann die Chance auf einen Neuanfang. Und natürlich aber auch die klare Herangehensweise, dass er schon auch der Stammspieler werden wird. Er ist ein toller Flankengeber. Er ist eben dann ein klarer Kandidat dafür, um dir eine gewisse Breite im Spiel zu geben. Also er hält die Breite. Er ist ein Spieler mit einer unglaublich guten Technik, der sich auch immer wieder gerne in Spiel oder in Kombination einschaltet. Eben, trotzdem ist er auch defensiv stark, was mir wichtig war in meiner Suche. Er ist ein sehr cleverer Spieler im Zweikampfverhalten und bringt einfach extrem viel mit. Mein zweiter Kandidat kommt auch aus England und das ist Nathan Kay. Auch das ist, oder es ist ein ehemaliger Chelsea-Spieler, der seit 2020 bei ManCity unter Vertrag steht. Dort hat er sich wirklich zum Top-Linksverteidiger entwickelt und war ja zuvor noch Innenverteidiger. Vom in der Champions League-Saison, wo er City auch den Titel gewinnen konnte, 223, war er ein unglaublich wichtiger, eine unglaublich wichtige Figur. Und auch letzte Saison war er auf der Position gesetzt, hat aber dort schon mehr Konkurrenz bekommen durch den ehemaligen Leipziger Guardiol. Jetzt stand er nur zweimal in der Startelf. Er hat zwar auch vier Spiele verletzt verpasst und trotzdem an Bedeutung verloren. Das wiederum ist super für den BVB. Auch hier ist eine Laie sicherlich denkbar, trotz seines wirklich sehr hohen Marktwerts von 40 Millionen Euro. Und er hat eigentlich alles. Er ist ein erfahrener Spieler mit seinen 29 Jahren, der dir sofort weiterhelfen wird. Er ist ein spielstarker Abwehrspieler mit einer enormen Kaufballstärke, was auch für eigene Standards ein wichtiges Thema sein kann. Im Defensivverhalten ist er vor allem auch eine Wucht. Er hat eigentlich alles. Er ist jetzt nicht zwingend im Vergleich zu Chilway der beste Flankengeber. Da hat er durchaus seine Schwächen, aber er hat unter Pep Guardiola gezeigt, er ist perfekt für Ballbesitzfußball, um denen Defensive auch einfach eine gewisse Garantie zu geben und passt hier wunderbar mit rein. Ist eine andere taktische Variante, aber wie gesagt, da wollte ich auch durchaus flexibel sein, weil es mir einfach grundsätzlich darum ging, einen richtig guten Linkenverteidiger zu finden. Und okay, zählt ganz klar dazu. Die Premier League bietet auch einfach einen enormen Markt und deswegen bleiben wir auch direkt da und sprechen über Sergio Reguilon. Das ist ein Spanier, der 27 Jahre alt ist und seit 2020 bei Tottenham Hotspur unter Vertrag steht. Letzte Saison ging es auf Leihbasis erst zum United, da hat er keine allzu große Rolle gespielt, und dann zum FC Brentford und jetzt ist er eben wieder zurück in London. Er wurde allerdings vor der Saison aussortiert, wie Chilway hat aber auch er keinen neuen Klub im Sommer gefunden und war auch deswegen nur im Pokal im Kader. Sein Vertrag läuft aus, das heißt wir haben hier eine andere Ausgangssituation. Bei einem nicht allzu hohen Gehalt ist es aber damit auch finanziell ein risikoarmer Deal. Reguilon ist ein klarer Flügelverteidiger, sprich er sucht immer und immer wieder die offensive Tiefe. Er geht gerne ins Dribbling, er ist ein extrem schneller Spieler, der Flanke um Flanke schlägt und auch er hat trotzdem aber eben auch die besagten Defensivqualitäten. Er hat eine gesunde Aggressivität, wodurch er auch seine etwas geringere Körpergröße mit 1,78 Meter ausgleichen kann. Er hat ein richtig gutes Stellungsspiel, was ihn auch vielleicht zu ihrem Marzen nochmal deutlich attraktiver macht, über den man vielleicht auch hätte sprechen können, den ich aber nicht in meiner Liste mit dabei habe und deswegen macht er damit eben auch die Physis, die bei ihm jetzt nicht so top ist, wie der Wett. Auch sein Abschluss ist eher Semi, weil ich wollte auch ganz bewusst ein paar Schwächen nehmen mit Aufzimmermeinigen Kandidaten, aber im Gesamtpaket, wenn man jemanden kaufen will, ist das super interessant. Ein Name, den vielleicht nicht so viele kennen, der kommt auch aus England. Und das ist Alfie Dorthy. Der 24-Jährige ist durchaus auch ein Spätstarter. Er hat letzte Saison bei Premier League Absteiger Lutentown in 37 Spielen, in 37 Premier League Spielen, zwei Tore erzielt und acht vorbereitet. Das waren überragende Quoten, erst recht, weil eben Lutentown abgestiegen ist. Und trotz seiner starken Quoten war es eben auch dann durchaus überraschend, dass er mit in die zweite Liga gegangen ist. Auch dort ist er einer der besten Außenverteidiger und kommt bereits mal wieder auf vier Vorlagen in 13 Spielen. Er wurde in den letzten Monaten immer als linker Schienenspieler aufgeboten, kann das auch in einer 3er-5er-Kette auf der rechten Seite spielen, aber eben auch den klassischen linken Verteidiger in einer 4er-Kette. Seine Stärken liegen selbstredend im Spiel nach vorne. Er ist ein extrem guter Flankengeber, der ein super Auge hat für seine Mitspieler. Egal, ob eben dann von den Grundlinien flanken oder auch aus dem Halbfeld, all das bringt er mit. Er ist sehr schnell und läuft die Seite wirklich hoch und runter. Defensiv ist er nahezu ohne Fehler, also ein unglaublich konstanter Spieler, der im Defensivverhalten kaum auffällt, weil er einfach seine Arbeit ruhig und perfekt verrichtet. Und deswegen bin ich mir sicher, wird sein Weg von Alfie Dorti über kurz oder lang zu einem Top-Klub führen. Entweder in England oder eben nach Deutschland. Denn genau jetzt hat Dortmund noch die Chance, für einen vernünftigen Preis zuzuschlagen. Und das sollten sie tatsächlich auch machen. Fast schon langweilig, aber tatsächlich kommt auch mein 5. und letzter Kandidat aus England. Da ist einfach der Markt am besten, um relativ günstig eben auch dann Spieler zu holen. Oleksandr Zinschenko ist hier mein nächster Vorschlag. Er ist 27 Jahre alt, stammt aus der Ukraine und ist international extrem erfahren. Er war die letzten beiden Jahre Stammspieler bei Arsenal, ist jetzt aber außen vor. Auch er war 4 Spiele verletzt, also auch ähnlich wie Nathan Kay, sonst aber fit und stand nur am ersten Spieltag in der Startelf. Er ist ein etwas anderer Spielertyp im Vergleich zu den anderen, die ich vorgeschlagen hatte, als ehemaliger Mittelfeldspieler. Denn er begann seine Karriere eigentlich auf der 10er Position, wurde dann zum 8er und ist eben jetzt linkserteidiger. Das wiederum würde Dortmunds Spiel flexibler machen, denn ähnlich wie vielleicht auch Ian Marzen es im vergangenen Jahr gespielt hat, hat Zinschenko die technische Klasse, um auch im Aufbauspiel oder auch generell im Ballbesitz mal neben die 6er Position zu rutschen und dann eben nochmal mehr Überzahl in der Zentrale zu bieten. Das ist ein toller Dribbler, der ein enormes Ballgefühl hat, der ein Top-Flankengeber ist, aber eben auch defensiv in der physisch starken Premier League seine Aufgabe bestanden hat. Er hat noch anderthalb Jahre Vertrag, Marktwert liegt bei stolzen 35 Millionen Euro, das heißt auch hier ist sicherlich erstmal eine Laie denkbar. Und somit sind das also meine 5 Transfervorschläge für den BVB für die Kaderbaustelle Linkserteidiger. Wie gesagt, es gibt auch andere Baustellen in Dortmunds Kader, aber die ist sicherlich eine und könnte man, davon bin ich überzeugt, mit jedem von diesen Spielern stillen. Klar, Nathan McKay oder auch Oleksandre Zinschenko sind für ihre jeweiligen Vereine durchaus wichtige Möglichkeiten in der Kaderbreite. Wollen sie mehr spielen, kommen sie auf den Markt, ist aber für Dortmund sicherlich was drin. Schilbe und auch Rigolore sind ganz klar zu haben, die kannst du leihen oder eben dann wie bei Rigolore kaufen. Und dann haben wir eben mit Alfie Dorti ein etwas anderes Profil, nicht aussortiert, voll im Saft. Ein junger, noch entwicklungsfähiger Spieler, der sich richtig gut entwickelt hat und eben auch schon jetzt eine Qualität mitbringt, in der ersten Liga zu bestehen, hat er ja in der Premier League auch schon bereits gezeigt. Ich bin jetzt mal gespannt darauf, was eure Meinung zu meinen Ideen ist und wie auch eure Ideen aussehen für Dortmunds Kader. Natürlich könnt ihr auch mal gerne weitere Transfervorschläge generell für alle Positionen bei den Schwarz-Gelben in die Kommentare schreiben. Dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.